Meinst du, dann kommt sie dir hinterher heran, wenn du ihr Spielzeug klaust? Du könntest recht haben. Aber ich glaube noch hat sie es gar nicht mitgekriegt. Mondi Maus, der Struppi hat dein Spielzeug. Guck mal da. Vorbei. Hat sie nicht gesehen. Der Struppi hat nicht geklappt, der Plan tut mir leid. Der Baumeister Bob ist beschäftigt. Okay. Was? Ja, hilft. Ach, da ist vorne. Musst du ihm kurz überlegen, Lotti. Hat sie da Beine? Ja, blöd. Ja, nicht geklappt mit der Klaueritis. Hinter dir wäre jetzt das Lotti. Können Sie da nochmal probieren? Gib mir mal den. Weil damit kannst du Lotti jetzt nicht hinterm Ofen vorlocken. Huch, jetzt kullert der hier runter. Wo ist denn die Lotti? Das ist die Lotti. Interessant. Sollen wir das jetzt Lotti nennen? Kabitsch, Kabitsch. Lotti hat auch noch andere Sachen zu tun. Dann schmeiße ich dir einfach das. Achtung. Bist du unterwegs? Wusch und wusch. Und los. Ja, prima. Guck, guck, jetzt bist du spannend geworden. Ja, ja, Lotti. Stücke zu spät. Eben wollte er die ganze Zeit. Jetzt hat er sich umorientiert. Dann leg dich in die Sonne. Okay. Meck, 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 du weißt noch nicht so genau. Nee? Kuschel dich mal wieder hin, wenn du magst. So, Strupp, Strupp. Achtung. Juppidu. Oh. Sorry. Verdammte Hacke. Es hängt im Baum. Da sucht man noch ein bisschen. Ich überlege mir mal, wie man es runterholt. Ja, richtig, Strupp, Strupp. Da oben ist es. Willst du vielleicht selber mal probieren, hochklettern? Deine Nase hat es schon geortet. Ja, super, Struppi. Coole Idee. Mach mal. Probier mal noch ein bisschen aus. Vielleicht auch mal auf das Lotti klettern. Mhm, ja. So ein Mist aber auch, wa? Hängt die Gina das da oben hin? Ich komm mal helfen. Kleiner Klettermaxe. So, ich glaub, das ist gar nicht so schwer. Warte mal. Welcher Ast gehört dazu? Der da. Oh, Struppi, ich glaube, wir sind gleich dran. Oder ich? Oh, ich bin, liebe. Upsi. Gleich, gleich, gleich. Warte. Upsi. Hab es. Hab es. Ups, hab es und hänge im Baum fest. Okay, und los. Super, klasse. Okay.